Händen gleich ne Runde. Bist du schon seit 10 Uhr wach, sagst du? Verständlich. Hast du hier dann noch verstärkt, oder? Hier ist doch so ne Balken drin. Da hast du verstärkt in der Mitte. Nur die beiden gegenüberliegenden Ecken sind verstärkt, aber ich würde wetten, dass wenn man den Balken rausnimmt, dass das keinen Unterschied macht. Aber kann man das nicht schützen mit PIN-Codes oder so? Bei A kann man ja auch sagen, dass keiner da reinkommt. Mit deinem Haus, wenn du nicht da bist, PIN und alles. Äh, oh, oh. WTF? Es ist hier plötzlich wieder Leben in der Bude. Ja, wenn wir da sind. Wenn wir da sind. Oh, meine Augen, da kommen noch ein Wolfen. Was, was du? Loh, ich hab grad, ich hab grad nen Fisch angeschossen, der Killcam. Habt nen Rek jetzt glaub ich erwischt, oder was? WTF? In jeden Fall war ich nicht mehr mal ein Schall. Ah, willst du das dann hinlegen, oder was? Dann... Ja, ich glaub... Ist da noch Fuffi da. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie zwei Stunden pennen oder ob ich... jetzt komplett durchpennen wieder und dann alles wieder komplett kaputt ist. Ich mein, das ist jetzt schon kaputt. Das ist ja eh schon. Ich glaub auch was. Ja. Ich wollt halt eigentlich einkaufen, aber das wird wohl nichts, wenn ich jetzt schlafe. Und dann... Ne nicht. Mal gucken. Wie gut pennst du denn gut und lange durch? Hm, kommt immer drauf an. Jetzt ist halt wieder so ein... Also ich denk mal schon, wenn ich mich jetzt hinlege, ich glaub dann penn ich durch. Also bis heute Abend aber. Oder? Wie? Ja, mal gucken. Ich weiß nicht. Also... Ich bin nicht mehr so ein Langschlächer wie früher mal. Da konnte ich auch meine zwölf Stunden um Stück schlafen. Ach du Scheiß, okay. Oh, die Probleme. Das kann ich glaub ich nicht. Ich hab mich nicht erinnern. Aber... Mittlerweile bin ich auch so eher auf acht Stunden. Ah. Ja. Mich nicht im Bett. Ich weiß nicht, ob es jemand für dich ist. Es sind mal Wölfe hier. Also ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich halt wirklich lange am Stück schlafen kann. Hab ich halt vergessen irgendwie. Ich hab... Ich bin... Wann bin ich ins Bett? So um vier, halb fünf, um fünf... Irgendwann zwischen fünf und sechs bin ich eingepennt. Und war das erst mal so richtig wach schon. Keine Ahnung. Halb sieben, sieben. Da war ich schon mal auf K. Also weg vom Bett. Hab schon ein paar Sachen rumgemacht. Dann war ich wieder im Bett ein bisschen so. War ich um neun das nächste Mal wieder. Bin ich aufgestanden. Dann um elf. Dann um eins. Ich hab ja gesehen, als ihr da geschrieben habt und so. Also ich hab halt immer... Hab ja gesehen, dass immer wenn die Cam ausgeht... Stehe ich kurz auf. Mach halt irgendwas. Keine Ahnung. Duschen oder so ne. Duschen hab ja nicht. Ich hab ja nicht kurz rasiert. Weil man den Bart gejuckt hat. So nur kurz trocken hier. Kürzer gemacht. Dann... Zu einem hab ich geschaut. Wegen Essen. Dann immer wieder... Also ich stehe halt alle paar Stündchen mal kurz auf. Oder ich bleib liegen und warte halt einfach, dass ich wieder einschlafe. Irgendwann nervt es mich halt dann. Hm. Ja. Du... Blutest du? Ich kenn's ja... Hm? Ich hab immer den Schaden bekommen aus zwei. Hm. Das nicht. Hm. Alles gut. Hm. Mir stand grad zwei Schaden bei dir. Hm. Hm. Sollte eigentlich nicht sein. Hm. Komisch. Was meinst du, kennst du's? Ja, ich kenn's halt nur von der Zeit, wo ich halt den Tinnitus frisch gekriegt hatte. Hm. Hm. Ich auch. Da war das halt bei mir auch so, dass ich da auch... Äh... Also ich... Ich hatte zwar nicht so die Probleme dann komplett durchzuschlafen. Weil... Wenn du halt erstmal schläfst, dann schläfst du. Du gehst ja nicht mit. Ähm... So sich mal umdreht und dann aber sofort wieder wegpennen würde im Normalfall. Mhm. Dann ist halt auch das dann... Das kann ich nicht. Also bei mir ist... Ja. Dann bin ich voll wach. Dann hörst du's wieder, oder? Ja, dann... Dann hat... Also zumindest am Anfang war's halt so, dass man dann's teilweise wieder gehört hat und dann... Hat man sich hin und her gewälzt, dann musste man sich wieder irgendwie was auf die Ohren machen. Also irgendwelche Zauerns und so und dann... Sorry, der andere kriegt Schaden. Jetzt hat... Ich hab irgendwo Schadenszahlen gesehen. Der andere... Ach, er kriegt Schaden, weil er verhungert. Ja, verhungert, verdurchte. Genau, genau. Dann müssen wir wieder zurücklaufen. Damit wir ihn aufheben können. Nee, der hat ja sein Bett da, hat er gesagt. Ach so. Ja. Das ist ja im Normalfall so, dass du nochmal umsch... Um... Soll ich ihn rauskicken, vom Server? Ach nicht stimmt? Das wäre ne Variante, dass er nicht sofort verreckt, ja. Äh... Er kann da wieder... Kann wiederkommen, oder? Aber weiß ich nicht. Wenn du kickst... Ich denk mal schon, wenn du ihn wieder einlädst. Man kann ja nicht von der Mission. Scheiße nicht, weißt das. Scheiße. Ist mir zu wenig für das. Dass er dann gebannt oder sowas ist. Scheiße. Runde. Dr. Google. Noch lebt er. Ja, das mit diesem Wachwerden... Man wird öfters immer wieder wach. Dreht sich hin, dreht sich her, tut der Arm ein bisschen bewegen und sowas. Und dann bin ich halt immer wieder wach. Hm. Ja, aber meine Füße sind auch ganz nett am Zappeln und bewegen. Ich merke es ja. Und wenn so ein Krampf kommt... Du kennst deinen Krampf. Du musst immer dagegen drücken. Sonst wird er stärker, tut mehr weh. Und das habe ich halt. Immer wieder. Das ist halt mies, ja. Ich kenn's halt auch noch so, als mein Bein kaputt war. Da war das dann auch so, dass ich dann halt nachts wach geworden bin und etwas weh tat. Und dann hatte ich halt auch wirklich Probleme auch wieder einzuschlafen. Ja, wenn nur ne Kleinigkeit irgendwie stört bei mir, schlau ich kann nicht mehr einschlafen. So einfach. Oder wenn irgendwas im Kopf, wenn ich mir was Gedanken mache. Immer den gleichen Gedanken habe. Ja, das ist auch ein Sturm bei mir. Ja. 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 10 Minuten. Aber er meinte, er hat ja sein Bett dahin gesetzt. Er hat noch so ne kleine Hütte. Ich weiß nicht, ob die Hütte das wurde oder da ist kein Bett mehr. Ja. Auf und hoch und hoch und runter zu laufen ist schon ekelhaft. Das war wer wild. Das ist bei mir so oft, Mausi, weil ich immer solche, weil ich immer ganz viele Sachen eigentlich noch habe, die ungeklärt sind. Und die noch mir vorbestehen. Auch besonders nächste Woche wird wild. Ja, wenn man so irgendwie irgendwas im Kopf hat, was einen beschäftigt. Manchmal ist es ganz schlimm, dass da liege ich auch dann ewig lange wach. Hey, wir haben 80 Tage erreicht von der Stunde. Entschuldigung. Krass. Cool. Einfach 80 Tage Hype. Mhm. Da bin ich ja nicht der Einzige, der da wach liegt und dann über Nacht denkt, das müsste ja beides. Das Nachdenken, das Wachliegen dann fördert ja mehr. Das Nachdenken dann, die Schmerzen und dann beides in Kombination ist ja noch schlimmer. Mhm. Einfach 80 Tage. Krass. Ja, dochgehend hier. Jo. Ja, aber wenn Probleme sind, die du nicht lösen kannst und du kommst auch nicht auf die Lösung oder du hast ja gar keine Möglichkeit, das zu lösen, weil es nicht von dir abhängt. Das ist das Schlimmste. Das ist bei mir oft. Ich befinde mich in mehreren Situationen im Real Life, wo ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und ich es auch nicht klären kann. Gags? Ja? Bei mir dauert noch 10 Minuten. Also sonst spielst du einfach ab. Kannst du ausloggen? Du stirbst sonst. Aus. Lebst du schon? Nein, du bist ja noch. Lebst ja noch. Ja, ihm fehlte nur Essen. Das habe ich gerade noch mal voll genommen. Okay. Du kannst auch abgeben. Du kannst auch abgeben. Sollte alles fertig sein. Genau, gib ab. Einfach schnell. Ja, aber wie komm ich so schnell nach Hause? Ich stehe ja dort in der Hütte. Ja, dein Trick halt. Ich kann erst in 10 Minuten wieder rutschen. Ja, passt ja. Dann lass 10 Minuten. Ich lock mich sonst einfach aus. Ja, lock dich kurz aus und mach in 10 Minuten. Genau, mach. Aber wenn ihr euch das spürt und schließt einfach ab, dann kacke ich auf die Mission. Aber wahr, komm. Nimm dir 10 Minuten Zeit, wir quatschen eh noch über Gott in die Welt hier. Alles klar. Ich wollte nur Bescheid sagen. Ja, 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 ja. Ach, das hast du gemeint. Ich habe es nicht gecheckt, was du damit gemeint hast mit 80 Tagen. Ich dachte, das ist mit Zincre wegen irgendein Schmarrer oder so. Wie immer halt, ne? Ich war mir nicht sicher, was du da gemeint hast. Jetzt checke ich das halt auch. Was hast du da gemeint hast mit 80 Tagen? 10 Minuten. Wo wir beim Nachdenken waren, ich bin halt auch jemand, ich denke halt auch so oft über diese Dinge nach. Was wäre, wenn? Ganz schlimm. Ganz schlimm. Da kannst du ja ewig rumspinnen. Ja, da kannst du wirklich ewig rumspinnen. Wenn du da erstmal im Gedanken bist und dann... Das ist ganz, ganz toll. Manchmal, um einschlafen zu können, versetze ich mich in so eine Welt. Was wäre, wenn? Wenn es so und so wäre, dann halte ich daran fest und dann denke ich immer das Gleiche und dann schlafe ich manchmal auch eine. So immer so eine Art Lupendenk, so eine Art Schleife. Das ist aber am besten eigentlich. Wenn du dich in eine... Ja, in dich in eine Wohlfühlsituation hineinversetzt. Aber das kannst du da nicht lange halten. Das zerbricht wieder. Wenn du da nicht einstehst, ist es vorbei. Ja, dankeschön, Chaos. Dankeschön. Krass. Ja. Ich denke, dass man das zum Essen machen sollte hier. Ein paar Minuten. Aber bis ich jetzt auch was aufwärme und sowas, ist das schon wieder da. Ja. Wir können doch nicht weg. Ist ja frech. Ich muss wieder umstecken. Ja, dafür geht es. Ich muss hier umschalten und umstecken. Ich kann jetzt nicht mehr so einfach umschalten mit dem Monitor hier. Es geht nicht mehr. Ich kann trotzdem mal probieren. Normalerweise schalte ich ja hier oben mal. Wenn ich jetzt im Moment da ausstecke, ist vielleicht die Auflösung wieder falsch. Ich dachte, vielleicht mache ich 1,2 Löffel mit dem anderen Schale. Ich weiß nicht, ob ich es zu 100 schaffe, aber irgendwas können wir über 100 machen. Also, wann ist denn der 23? Donnerstag. Ich weiß nicht, ob ich über Donnerstag hinauskomme. Dann hoffen wir mal das Beste. Wird schon. Ja. Hoffe ich mal auch. Also, 22 bin ich hier selber in der Klinik. Also, aber nicht lang. So eine Art Vorstellung wieder. Ist der Stream dann nach Pause oder ist der... Das geht noch mal weiter. Ich bin ja... Ich nehme ja mit den Stream. Also, ich bin dann über... Über Chat da. Auch über Discord so ein bisschen. Ach so. Und da ist dann einfach so... Läuft ein Alibi mit irgendwas da. Vielleicht bleibe ich auch in diesem Schlafgedönse da. Schreibt dann oben hin, bin kurz weg, bin da beim Chat aktiv und im Discord. Mhm. Bin hier dann... Vielleicht von 13 Uhr bis... 16 Uhr weg. Vielleicht. Je nachdem wie lang es dauert. Wie das mit dem Verkehr ist. Wie das mit dem Hin und Her ist. Und mal schauen. Nur zur Vorstellung erstmal. Was zum Präsentieren oder wie auch immer zu first untersuchen erneut. Damit der nächste Arzt auch Bescheid weiß was da ist. Genau. Genau. Oh. Die Fackel ist kaputt gegangen. Das war's. Und einen Tag danach ist halt dann die OP. Wenn das schief geht, dann glaube ich nicht, dass ich dann online sein kann. Noch. Dann habe ich ja mal andere Sachen im Kopf. Ja. So. Ah ja. Hier. So. Schöne Sichten hier. Drei verschiedene Sichten. Ja. Sichtweise. Ja. Mal gucken hier. Chaos. Mal schauen. Theoretisch läuft es halt einfach mal. Bis ich zunächst mal länger weg muss. Aber selbst ein paar Stündchen wäre kein Problem. Ich gehe auch zwischendurch einfach und gehe kurz was kaufen und was holen. So wie in den letzten Zeit habe ich mich auch rausgeschlichen und habe mir was zum Essen geholt. Gut. Einmal habe ich vergessen oder zwei Mal habe ich vergessen die Cam wieder zurück zu machen. Nachdem ich Schiffen war. Egal. Apropos Schiff. Ich müsste jetzt auch Schiffen. Dann wären der 20. Im. Am 16. Ne warte. Doch. Am 27. Ne. Am 6. Am 6. Am 6. 1. Am an. Dings. Der Heiligen der Könige. Wäre glaube ich der. Der 100. Tag. Ja ich bin cool. Kannst du sagen. Ich habe 100 Tage durch gestreamt. Aber ich glaube das ist halt echt nichts besonderes. Das haben viele halt schon gemacht. Schon viel viel länger. Ja schon. Aber es ist halt trotzdem ein Meilenstein. Ist halt trotzdem geil. Kann man halt sagen. Ist halt. Schon eine Leistung. Also. Viele Leute sind ja schon beim 24 Stunden Streamen überfordert. Ich meine gut da sind sie meistens nur noch wach. Genau genau. Aber. Ist ja trotzdem. Immer da sein. Fast. Fast. Immer halt. Ja. Und ich glaube so viele haben sie auch noch nicht gemacht. Ich meine gibt es mittlerweile ein paar. Mhm. Aber. Machen ja doch nicht so viele jetzt. Da haben sie recht. Ich weiß auch gar nicht wie lang der längste Stream ist mittlerweile. Da ist anscheinend einer der macht das parallel. Also auch die ganze Zeit so. Wie viel. Ich weiß nicht wie viele Tage. Fast ein Jahr bald. Das hat mir nur jemand erzählt. Ja wenn der nicht aufhört kann man den leider nicht einholen. Ja es ist auch nicht meine Intuition das zu machen. Also ich habe einfach gemacht. Keine Ahnung. Ich habe nie darüber nachgedacht irgendwie so. War das mir war das egal noch nicht. Hast du eigentlich irgendwann mal gesagt so. Hast du jetzt Bock drauf. Oder war das irgendwie. War das ein Grund. Oder war das einfach so. Die ersten 30 September Wochen war wieder so Wochen wo ich eigentlich nicht mehr wollte. Generell nicht mehr. Da lag ich drei Wochen flach. Mit irgendwelchen Tabletten wurde ich zugestopft. Teilweise auch in der Klinik. Teilweise zu Hause. Und war komplett sag ich mal gelähmt. Der Kopf der war irgendwie noch aktiv aber total verpeilt. Ich habe mich halt so gefühlt so wie im Horrorfilm. Wenn man eine Spitze kriegt und dann kann man noch mit den Augen blinzeln. Körper ist aktiv. Es tut einem extremen weh. Aber man kann nichts machen. Habe ich in drei Wochen so gefühlt und habe einfach nur gebetet dass es vorbei ist. Und konnte auch in der Zeit nicht streamen. Gar nichts. Und das war in der Therapie. Und jetzt zwischen zwei Therapien ist immer sehr, sehr viel. Da geht immer sehr, sehr viel Zeit. Mehr Untersuchungen noch. Voruntersuchungen, Planungen. Und durch Corona ist jetzt wieder schlimmer und länger geworden das Ganze. Wie jedes Jahr irgendwie. Keine Ahnung. Das wiederholt sich halt irgendwie alles. Und naja dann dachte ich mir das. Starte ich halt einfach mal gucken. Das ist einfach laufen. Das ist besser als wenn ich halt dann irgendwie da noch weiter im Bett liege. Und dann da komische Gedanken. Auch so habe ich halt auch ein bisschen Ablenkung. 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 Genau, genau. Auch ein bisschen Therapie. Immer drüber reden. Bin da nicht ganz alleine. Und so weiter. Ja. Und vielleicht gefällt es den Leuten ja. Warum nicht. So grob der Gedanke. Und ich hatte. Ach genau. Ursprünglich. Also das kommt noch dazu. Aber eigentlich hatte ich auch keinen Bock. jedes Mal den Stream an und aus zu machen. Denn. Wenn es mir gut geht. Mach ich. Wenn es mir besser geht. Mach ich an. Wenn es mir scheiße geht. Mach ich auch so. Das ist so ein krasses Auf und Ab bei mir. Hin und her. Da müsste ich mal. Keine Ahnung. Zwei Stunden an machen. Dann wieder drei Stunden aus. Zwei Stunden an machen. Drei Stunden aus. Wenn er einmal aus ist. Ist es sehr schwer wieder an zu machen. Weil. Ja. Dann. Ja. Jetzt geht es mir nicht gut. Dann ist mir schlecht. Vielleicht habe ich hier Schmerzen gemacht. Dann ist dann so ein Loch drin. Und dann kann man so schwer aus. Ja. Jetzt ist nicht gut genug. Jetzt ist hier was. Jetzt ist da was. Dann. Ja. Dann lässt man halt einfach nur aus. Und so. Ist halt egal wie es mir geht. Wenn es. Wenn es. Zu schlecht ist. Lass ich. Mach ich halt dann schon aus. Habe ich mir gesagt. Ich hatte ja. Ein paar Tage. Bei denen ging es wirklich dreckig. Dann war ich kurz davor es auszumachen. Aber. Ich kann nämlich jetzt auch nicht so viele Medikamente nehmen. Wie ich nehmen müsste. Wenn ich starke Schmerzen habe. Weil sonst kann ich gar nichts machen. Und drei Tage. Wie man im Bett zu liegen. Muss auch nicht sein. Mhm. Aber. Ich will eh so. Ich will auch eh nicht die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Das alles schlucken. Das geht auf den Darm. Geht auf den Körper. Auf den Magen. Das macht alles kaputt. Mhm. Du hast zwar diese Schmerzen. Und das. Und. Du nimmst die Tabletten. Und dann tust du nur noch versuchen. Die scheiß Nebenwirkungen von den Tabletten. Irgendwie. Zu überstehen. Oder. Die. Gegen die zu kämpfen. Weil. Äh. Du nimmst es halt. Dann hast du 10 Nebenwirkungen. Dann musst du mit denen leben. Mhm. Du kommst auch nicht gegen. Das macht nicht Spaß. Meine Oma hatte das mal. Die hat ganz lange von ihrem Arzt. Irgendwas verschrieben bekommen. Und. Und. Die. Ich weiß nicht. Ob der Atem auch Scheiße gebaut hat. Oder was auch immer. Und. Dann ist sie irgendwann medikamentenabhängig geworden. Uff. Und auch Schlaftabletten und sowas alles. Oh je. Und. Wir haben das gar nicht mitgekriegt. Und. Sie wurde immer verwirrter. Und wir dachten halt so. Wäre Alter oder irgendwas gewesen jetzt so. Das ist ja gut. Kann ja sein. Seit dem Alter jetzt wirst du tüdlich. Dies und das. Bisschen Demenz und sowas kommt hier dazu. Vielleicht auch sowas genau. War halt vieles was so. Wo man so gesagt hat. Ja gut. Okay. Das kommt dazu. Jenes kommt dazu. Vielleicht noch das und das. Und. Irgendwann hat sich halt herausgestellt. Nee. Walsche Tabletten. Waren Tabletten. Weil sie dann irgendwann so. Auch so durch war. Dass sie. Nicht mehr. Gepeilt hat. Welche Tabletten sie wann nehmen soll. Und dann das durcheinander gebracht hat. Mhm. Und dann das natürlich noch schlimmer wurde. Ja. Und. Die Dinge haben halt auch. Ja. Nebenwirkungen ohne Ende. Machen dich halt komplett kaputt. Ja. Du wirst vom Kopf total gefickt. Ja. Der Körper ist total schwabbelig. Weiß nicht mehr was du machen sollst. Jaja. Und dann wurde das halt alles nochmal Entzug. Und. Äh. Dann ordentlich. Äh. Verabreichung. Und nur das was nötig ist. Und so weiter. Und dann ging es ja auch wieder deutlich besser. Und alles. Das freut mich. Aber. Wie lange. Wie lange war der. Der Weg der Entdeckung. Wie lange war das. Also wie lange hat das gedauert. Das ist schwierig zu sagen. Also. Kann man schon sagen. Dass das so. Weiß ich nicht. Also ich würde sagen. Mal vermuten. Fünf bis zehn Jahre lief das schon. Was. Ja. Jahre. Also natürlich nicht komplett. Durchweg. Aber. Aber. Also nicht. Nicht. Nicht vom ersten Tag an komplett. Aber. Halt schon. Das so. Nach und nach. Also. Schlaftabletten schon. Ewig lange. Ähm. Soweit ich weiß. Ähm. Das ist ein Sturm. Er hat gesagt. Der Haus ist nie auseinander gebrochen. Jetzt ist es soweit. Das ist aber heftig ne. Also sowas. Ich meine. Da. Da. Erstmal drauf zu kommen. Dass es nicht richtig ist. Aber. Dass es so lange dauert hier. Ja. Lass das Haus. Achso. Ich dachte. Ich lasse erstmal. Bis der Sturm vorbei ist. Mal sehen wie es noch kaputt geht. Siehst du das kann einfach kaputt gehen? Ich will nur die. Werkzeugsbänkel hier schützen. Weil die ich Schad kriege. Ähm. Ja. Ist so geil. Das waren sie halt. Und wenn so ein Sturm länger geht. Oder nochmal kommt. Ist alles kaputt. Ja. Aber das ist halt. Ja. Irgendwie. Also das ist schon ne gute Sache. So wie es jetzt ist. Aber. Ich finde. Da wo das Holz so kaputt geht. Finde ich sollte Stein auch Schaden kriegen. Mhm. Bisschen. Laut Wiki. Laut Wiki soll das auch so sein. Aber tut es nicht. Okay. Laut Wiki soll Stein. Also Holz soll von allem Schaden bekommen. Außer von diesen. In dem Bereich in dem wir jetzt kommen. Dieses. Diese erste Sturmbereich quasi. Dieses. Diese Vorwarnungsbereich sag ich mal. Mhm. Da kriegt Holz glaube ich keinen Schaden. Ansonsten kriegt es überall Schaden. Ähm. Und Stein soll eigentlich. Den normalen Sturm aushalten. Aber bei. Beim roten. Soll Stein eigentlich auch Schaden kriegen. Tut es aber nicht. Und bei schwarz. Kriegt Stein auch keinen Schaden. Vielleicht ist es ja nicht fertig. Und nicht komplett implementiert das ganze. Aber jetzt hast du jetzt mal gesehen. Dass es passiert. Oder du hast ja. Gesagt es dir noch nie passiert. Ja sowas schon. Aber halt super selten. Also das ist gerade wieder so ein Ding. Wo ich so sag so. Das ist wirklich viel. Also das. Hab ich so fast nie. Mhm. Das hab ich vielleicht ein, zwei Mal in meinen 100 Stunden gesehen. Echt? Ich hab's immer wieder gesehen. Und. Jetzt nochmal kurz zurück. Ist das wieder. Also es ist dann wieder okay gewesen. Nachdem die Tabletten verändert wurden. Oder so. Ist das dann wieder gepasst? Ja. Äh. Ist halt schwer zu sagen. Ob es jetzt einfach nur durchs Alter. Oder durch. Äh. Die Nachwirkungen kommt. Dass sie jetzt ein bisschen. Trotzdem noch Probleme hat. Aber es ist deutlich besser geworden. Mhm. Ist halt nicht wie vorher. Vom Kopf so ein bisschen. Ja geht's ja nicht. Das hat ja auch. Dauerhafte Wirkungen. In den Wirkungen. Ja. Ja. Ich ähm. Hat ja auch schon. Eine Zeit lang Tabletten bekommen. Die mich ja komplett fertig gemacht haben. Das heißt. Ich konnte mich nichts mit mich mehr bewegen. So wie letztens. Habe ich auch schon erzählt. Ich hatte die auch genommen. So fast zwei Monate. Das war schon auch ein Teil. In der früheren Therapie. Und. Da habe ich ja zum Arzt gesagt. Ich kann das nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Dann hat er halt gemeint. Wenn ich die einfach von Heueröffnung abbreche. Dann kann es sein dass ich sterbe. Weil der Körper. Ähm. Macht das nicht so ein. Muss man langsam absetzen. Mhm. Ich bin nach Hause gegangen. Hab sie nie wieder genommen. Ich hatte krass Herzrasen. Ich weiß nicht. Ich hatte. Ich hab geschwitzt. Ich hatte. Es war krass. Also ich habe zwei Wochen lang. Gar nicht richtig meinen Körper verstanden. Da war richtig. So ähnlich. So einer Drogen. Richtig Entzug. Ja. Ja. Heftig. Also. Mir war das egal. Ich habe mir gesagt. Dieses. Gelähmte da liegen. Mehrere. Mehrere Tage. Wochen. Und. Es kam noch dazu. Dass ich jeden Tag geträumt. Dass ich sterbe. Jeden Tag. Wenn ich eingeschlafen bin. Hatte ich immer geträumt. Dass ich sterbe. Immer. Jeden verfickten Tag. Hunderte. Hunderte. Das beschäftigt einen dann heftig. Ja. Das ist nicht so schön. Und. Deswegen habe ich es einfach nicht mehr genommen. Von jetzt auf gleich. Zack. Und. Mir war das egal. Ob ich sterbe oder nicht. Und. Es hat geklappt. Ich hatte zwei Herzrasen. Hatte Schweißausbrüche. Hatte. Alles mögliche. Gezittert. Gezappelt. Alles. Der ganze Körper. Tagelang. Aber. Mir war das wurscht. Lieber so. Als wenn ich da. Jeden Tag sterbe. beim schlafen. Mit Tabletten. Ausgeschaltet bin. Lieber spüre ich das aktiv. Anstatt. Nicht mehr. Nicht mehr. Aktiv. Also nicht mehr. Ja. Da zu sein. Weiß ich nicht. Komplett ausgeschaltet zu sein. Ja siehst du. Ist auch kaputt gegangen jetzt. Aber ich habe gerade. Auch nochmal gesehen. Jetzt beim reparieren. Da wo die beiden Balken sind. Die sind ja wirklich minimal. Ja. Da hat es deutlich weniger Schaden genommen. Ähm. Ja klar. Das ist ja verstärkt. Und. Ja. Aber die Verstärkung ist so. Mini. Marginal. Das macht halt eigentlich. Du hast halt einfach mehr Zeit. Zum Gegenreparieren. Zu reagieren. Ich glaube das ist es halt. Äh. Ja. Und dann. Mach das mal mehrere Wochen mit hier. Mal aussehen hast du keinen Bock mehr. Und ja. In Discord habe ich alles blockiert. So. Da muss ich. Das machen. Weil sonst kommen immer komische Anfragen rein. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Muss dann ich dann. Von mir ausgehen. Das ganze. Habe ich immer so eingestellt. Bei allen möglichen Sachen. Ob Discord. Ob Steam. Oder so. Das ist normal. Wir sind ja gar nicht im richtigen Channel eigentlich heute. Warte. Ich muss uns mal dahin. Ich muss uns mal dahin. Wir sind ja heute zu uns gekommen. Und nicht wir zu dir. Genau. Ja ja. Klar. Ja. So. Das Streaming war weg. Als ich den Raum. Gewechselt habe. Da musste Ausrufezeichen DC eingeben. Ich habe da so einen komischen Trolltext geschrieben. Weil es irgendwie jeder hat. Ja. Nö. Da kommt. Ich habe es ja. Achso. Das ist weg. Genau. Achso. Möchtest du uns die Statik erklären Neo? Möchtest du, dass du uns die Statik erklärt hast? Wir können ja gerne drüber quatschen. Ausrufezeichen DC hier Neo. Mal schauen. Soweit ist mir jetzt schon klar wie es funktioniert. Ich wusste vorher nicht, dass es mit der Statik überhaupt drin ist. Weil man hat es ja auch wieder gesehen. Du hast hier einen Balken drin. Aber hier die Enke hier vorne zum Beispiel. Die hat auch kaum Schaden gekriegt. Und ich habe sowieso schon öfter mal mit Balken gebaut. Und dementsprechend macht es halt. Ja. Es macht in dem Sinne kaum eine Logik jetzt. Dass das. Warum die Ecke hier hinten jetzt. Weniger Schaden kriegt als die Ecke hier vorne. Ja. Je nachdem. Obwohl bei beiden Seiten keine Balken drin sind. So. Und die beiden Seiten wo die Balken drin sind. Die haben auch unterschiedlichen Schaden gekriegt. Aber vielleicht kam mir da anders an, dass der Wind oder? Kann der Wind sich nicht drehen? Kann sein, dass das vielleicht auch mit Windrichtungen. Aber Windrichtungen werden ja nicht initiiert. Also du erkennst ja nicht von welchen Richtung jetzt ein Wind kommen soll. Ich gehe kurz winkeln, aber ich höre noch. Und darum. Es ist ein bisschen. Es wird ja auch nicht erklärt. Also normalerweise haben ja Spiele irgendwie eine Beschreibung. So von wegen Statik hier. Oder dies und das. Oder Lebenspunkte. Also Lebenspunkte sieht man ja. Ja. Ähm. Ich habe bisher noch nirgendwo einen schönen Beschreibungstext gesehen. Wo. Wo steht. So und so funktioniert es. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie es ist, das ist einfacher. Einfach so, um Unwissen zu lassen. So, warte, der Alex ist hier im Wartezimmer. Jetzt klärt er uns auf. Der ist, wenn es stimmt, ist er noch mal zwei Jahre älter als ich und hat zwei Jahre mehr Erfahrung, was Häuser wandern geht. Das ist zwei Jahre mehr Icarus-Erfahrung. Ja. Ja, gespannt hier. Hallo. Hallo. Tag, Tag, Tag. Guten Tag, ein Wunderschön. Na, 78 Baujahr sagst du? Ja, das sehe ich, ja. Bei mir ist 80. Grüße. Hatten wir den Eintrachter darüber geschrieben. Genau, 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 weiß ich ja. Stimmt, stimmt. Zwei Jahre mehr Statik-Bauerfahrung. Na, na. Nein, das hat damit nichts zu tun. Das war gestern. Was ich dir damit sagen wollte, ist Tatsache, wenn du, es gibt eine wirkliche Erklärung, gibt es dazu nicht. Aber du kannst zum Beispiel, du machst das einfach mal, wenn du jetzt an den Canyon oder an den Rand von einem Berg gehst, nimm dir einfach mal, keine Ahnung, zehn Böden, einfach nur Holzböden und nimm dir mal ein paar von diesen Balken mit. Und dann setzt du einfach mal an den Berg eine Bodenplatte dran. Auf der ersten, da siehst du klar diese Farbindikatoren. Ich weiß. Also grün, blau, grün, rot, etc. Ja, die Indikatorenkämmer, ja, genau. Richtig. Und dann kannst du dich selber mal rantasten. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Wie sich die Statik verhält, setze ich dazwischen nochmal einen Holzbalken, mache ich um den Boden mit den Pfosten einen Rahmen umdrum. Du kannst, oder du kannst halt wirklich Tatsache so stabilisieren. Es wird nicht so sein, dass das Haus nicht kaputt geht oder keinen Schaden nimmt. Aber wenn du jetzt in der Realität schaust, ist ja mal wirklich, also klar, reden wir immer noch von Spiel und Realität. Ja, ich kann es sagen, das ist schwierig. Natürlich, aber es ist halt so, dass du dieses Holzhaus Tatsache so weit stabilisieren, also ich hatte das eine Zeit lang, weil ich bin, ich dümpel in dem Spiel noch rum, weil ich alleine bin und teilweise sind die Missionen doch ziemlich schwer und ich habe halt die Zeit nicht. Und dann habe ich halt so die Startmission, ich glaube, das war so die erste, die Tutorial-Mission, habe da mein Haus hingebaut. Und irgendwie komischerweise mit zunehmender Zeit, Alter, sind da Stürme runtergekommen. Oh, ich wäre beinahe ausgerastet. Jedes Mal, wenn ich wieder zurückgekommen bin, war die Hütte platt. Es war alles weg. Ja, so wie bei mir auch. Bei mir auch. Genau. Ich konnte es nicht mehr machen. Dann habe ich angefangen. Du, du, und das ist eigentlich, ja, wenn du jetzt ehrlich bist und überlegst, es ist ja auch logisch. Wenn du einfach nur Röden, Wände, Spitzdach, Seitenteile dran machst, ist in dem Haus intern keine Versteifung. Du hast sie nicht. Und das wirkt sich Tatsache auf die Stürme aus. Setzt du jetzt aber um jede Rahmenplatte, also Außenplatte, ringsrum Balken, setzt dann oben, wenn du das Land gesetzt hast, eine Längsstrebe. Dann streben drunter die vom Boden an den Balken gehen. Dann rechts, links und Wickelverstrebung wirst du merken, dass der Schaden wesentlich geringer wird. Sehr viel geringer. Du bekommst Schaden. Ja, ja, genau. Das haben wir auch gesagt. Wird er ja auch geringer. Auf jeden Fall. Aber es geht trotzdem kaputt. Ja, natürlich. Aber wenn du das jetzt mal vergleichst. Es geht halt viel langsamer kaputt. Das ist weniger. Richtig. Ja, das bringt halt was. Du hast ja gestern, ich weiß nicht, gestern war ja da, ich weiß nicht, war glaube ich Seerot, meinte irgendwie, das mit den Tornados. Es sind ja nicht direkte Tornados. Du hast ja Sturmstufen und du hast ja unterschiedliche Arten. Einmal hast du Sturm mit Regen, einmal hast du ohne. Dann ist ja doch, du siehst ja auch an den Indikatoren in dem Wetterbericht, siehst du ja, dass es ja unterschiedliche Stärken von Sturmen gibt. Ja, ja, das ist rot, das ist schwarz, das ist halt so Ding und so, schütter, schwer, mittelleicht. Ja, ja, klar. Und somit hast du ja nicht immer Tornado-Voraussetzungen. Dementsprechend ist das schon sehr nah an der Realität, das mit den Steinhäusern, da gebe ich dir recht. Aber im Grundsatz ist es ja nun mal so, wenn es nicht unbedingt ein Tornado ist, hält ein Steinhaus ja eigentlich auch Stand. Das stimmt schon. Aber ein leichter Schaden nimmst du doch auch, oder ein bisschen irgendwie, gar nicht? Aber meistens hast du es, wenn überhaupt, nur am Dachstuhl. Und wenn du dir anguckst, jetzt ein betoniertes Flachdach oder im Steinbereich, würde eigentlich keinen Schaden nehmen, wenn da ein Tornado drüber fällt, wenn die Wände, wenn das alles die Konstruktion groß oder stark gesichert ist. Dann müssen wir so irgendwas anderes noch mit reinbauen. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, also das mit dem Holzhaus finde ich sehr geil, jetzt wo es auch, oh nee, mich wird angegriffen. Sekunde, ich muss erstmal hier meine Tastatur greifen und irgendwie. Hey, ich habe es geschafft. Okay. Ja, ich habe hier nur ein Touchpad und so eine schnurrlose Tastatur für mein Bett eigentlich gerade, weil ich hier noch ein Bett schille. Ich finde das mit dem Holzhaus echt geil gerade, weil es. wirklich vieles ist, was ich auch bisher so nicht wusste, wo ich einfach nicht darauf geachtet habe. Richtig. Das ging mir nämlich genauso, weil mir das Ding immer über die Birne, das ist mir immer auf den Kopf gefallen und ich denke, das gibt es doch gar nicht. Das kann doch nicht sein, dass du teilweise, hatte ich das Gefühl, aber das war halt, weil ich am Anfang sehr kleindimensioniert gebaut habe. Die Strohhäuser habe ich zum Beispiel immer nur so gebaut, dass gerade so nur der Schlafsack reingepasst hat und ich habe immer das Feuer mit reingenommen und da ist nicht so viel passiert und dann habe ich das Holzhaus gebaut, größer dimensioniert, aber nicht verstärkt und das ist mir dann über dem Kopf zusammengefallen, während die Strohbutze stehen geblieben ist. Ja, echt? Ich habe immer so 4x4 gebaut oder 2x2 oder 3x3. Ja gut, ich habe noch kleiner. Wie gesagt, also wirklich, ich glaube, teilweise wirklich nur 2x1, dass wirklich nur Schlafsack und Feuer reinpassen. So und da habe ich mir da keine Gedanken drum gemacht und als, ich weiß gar nicht, da habe ich von irgendeinem Typen auf YouTube ein Video gesehen durch einen Zufall und der hat das nämlich gezeigt mit dieser Brücke. Wenn du die aus den Bodenplatten machst, erstens diese Indikatoren einzuschätzen und eben dann auch, dass du eben diesen optischen Wegweiser hast, dass die Holzplatten zum Beispiel, selbst wenn du nicht darauf achtest, dass es gelb oder rot ist, dass du siehst, dass die Platten reißen, das heißt ab dem Moment, und die knatschen ja auch, du hörst es ja. Ja, das ist total geil, das ist total geil. Ja, wenn da was kaputt geht. Und es geht auch langsam dann kaputt. Was mir noch nicht aufgefallen ist, dadurch, dass, also ich habe halt auch immer relativ klein gebaut, ich habe halt meistens nur zwei breit gebaut und dann halt in die Länge. Dadurch hat man halt ja immer nur dieses 2x2 quasi oder dieses 2x3, was halt in sich relativ stabil ist. Dann habe ich oftmals nur einen Flachtdach drauf gesetzt, was auch glaube ich stabiler ist, wenn es nicht verstärkt ist, im Vergleich zu einem Spitzdach mit Verstärkung. Richtig, genau, du hast nämlich das Flachtdach und wenn du das verstärkst, zieht mehr Last an dem Dach. Das ist das, was die Leute, wenn du das statiktechnisch nicht mit einberechnest, wenn du da Balken drunter hängst und dann Flachtdach und das nicht stützt, ist eigentlich eher eine Last, als dass es eine Verstärkung ist. Ich meine eigentlich gerade so rum, dass wenn du so ein kleines Haus hast nur mit Flachtdach, ist das glaube ich stabiler als ein Spitzdach komplett ohne Verstärkung. Genau, richtig. Weil das Spitzdach, wenn das aber für Spitzdach Verstärkung hat, dann ist es glaube ich stabiler als das Flachtdach. Hat ja auch weniger Angriffsfläche, oder? Das Flachtdach. Und dadurch, dass ich halt so relativ kompakt gebaut habe und dann zufälligerweise wahrscheinlich noch genau richtig irgendwo Balken gesetzt habe, weil ich einfach, ja, das Verfahren sieht schick aus oder ach, hier sieht es so aus, als ob das einen Pfeiler brauchen könnte, weil dann die Ecke schwebt. War komisch, dass du das nicht so mitbekommen hast. Habe ich das halt wirklich nicht wirklich, weil wie gesagt, ich habe dieses, dass mein Haus kaputt ging, das habe ich vielleicht ein, zwei Mal gehabt, also das ist wirklich selten gewesen und auch wirklich nur, wenn ich dann groß gebaut habe und ich habe halt selten groß gebaut, weil da muss ich sagen, müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen was ändern. Das Reparieren ist echt scheiße gemacht, weil ich finde, was geil wäre, vielleicht so eine so perfekt, dass du, wenn du mit dem Hammer reparierst, dass der Hammer einen bestimmten Wert repariert, sagen wir 500 Leben oder 1000 Leben und diese 1000 Leben verteilt werden. Aber das gibt doch, du hast doch unterschiedliche Stärken von dem Reparaturhammer, wenn ich mich nicht täusche. Du kannst ja auch einen anderen bauen, oder nicht? Aber kann er mehr reparieren als ein Teil gleichzeitig? Nein, nein, das nicht, aber du hast einen höheren Schaden, das heißt also der Zeitaufwand fürs Reparieren pro Platte ist geringer oder eben der Ausdauer. Das ist gar nicht mein Problem, ich meine, dass du jede Platte einzeln reparieren musst. Wenn du jetzt rauskommst, was 2x2 groß ist, dann hast du 8 Wände und 8 Deckenplatten und 8, also 4 Boden, 4 Decken. Das sind 16 Stück, das ist nichts. Wenn du jetzt aber 3x3 baust, rechne das mal aus, oder wenn du noch größer baust, noch einen Spitzsack drauf, das werden halt so viele Platten. Jet, wir warten, bis unser Mitspieler zurückkommt, wir können die Mission nicht abschließen, sonst, deswegen tu mal ein bisschen hier Alibi quatschen und hier ein bisschen jag ich halt hier. Es ist ja nie so, dass du jetzt irgendwie nur eine Ecke Schaden kriegst. Nein, richtig, aber wenn du das aber jetzt umrechnest, deswegen, wo ihr gestern die Diskussion gehört habt, das war ja das, was ich damit eigentlich sagen wollte. Du sagst, es ist ja oft wiederabhängig. Im Normalfall würde jetzt, also so wie ich, ein Alleinspieler, würde erstmal noch gar nicht so großdimensioniert bauen, weil er hat gar kein, also bis ich da angekommen bin, glaube ich, reicht teilweise die Missionsechtzeit gar nicht aus. So, und wenn du so großdimensioniert baust, geht das Spiel, und das finde ich eigentlich schon eher genial, davon aus, dass du mit mehreren dort vor Ort bist. Und wenn man dann eben wiederum in Richtung geht, ja, aber im normalen Leben, das ist ja meistens so, dass die Leute das vergleichen, das ja normal ist, ist es ja nun mal so, wenn du jetzt ein Holzhaus hättest, dann sagt dir erstens der Wind ja auch nicht, okay, ich nehme nur erstmal eine Platte, damit der Junge das reparieren kann. Du würdest ja auch in dem Haus stehen und wüsstest gar nicht, wo du anfangen sollst und müsstest ja an einer Ecke anfangen und an der anderen aufhören. Du hast ja gar keine Möglichkeit. Aber da bin ich nicht mehr bei dem Realismus, sondern beim Spiel. Wollte ich ganz sagen, da sind wir wieder beim Spiel. Ja, natürlich, es ist diese Erwartungshaltung, so wie den Tag dieser Junge da, also ich weiß nicht, wie er hieß, der dann auch so gesagt hat hier mit, ach, Community und die machen zu wenig und dies und das und Kritik. So, wie willst du es denn der heutigen Spiele-Community recht machen? Ich meine, ihr seid jetzt so, ihr beschäftigt euch wirklich und das sehe ich ja, auch wenn ich steige, es ist einfach so, ihr spielt das Spiel aus. Wir analysieren es halt ein bisschen. Ja, klar. Richtig. Und ihr spielt halt lange, ihr baut in Ruhe und tut und macht. So, andere Spieler, wenn du dir ganz viele andere Streamer anguckst, die rushen da einfach nicht durch. Und jetzt versuche als Entwickler, jetzt hast du aber, großen Teil hast du, wenn du jetzt ein großes Team hast mit 3000 Zuschauern, der zeigt den Leuten, so macht es Bock. Versuchen die das auch alle so. Und die ecken dann mit dem Spielprinzip, so wie es jetzt ist, nicht an und sagen, das ist geil. Ihr hingegen, die lange Zeit damit verbringt und ganz viel analysiert, viel mitbekommt. Ja. Ihr könnt natürlich sagen... Den ganzen Umfang halt ausschöpfen und auch dann so beschäftigen sonst. Richtig. Du findest andere Fehler, du findest andere Schwachstellen. Und jetzt stell dir vor, du gehst mit deiner Kritik an den Entwickler und sagst, ja, aber guck mal da und da und da, dann sagt der dir, ja, aber guck mal, die anderen 10.000 finden das geil. Warum soll ich das jetzt ändern? Natürlich. Das ist nämlich, das ist diese Schwierigkeit, ne, zwischen Realismus, also da muss man halt schon sagen, dass Icarus wirklich schon ganz viel richtig macht. Aber bei mir geht uns, ich glaube, uns geht es auch nicht darum, was jetzt, wie das jetzt ist, sondern es geht darum, was wirklich fehlt, was eigentlich logisch wäre. Ja, natürlich. Also was noch dazukommen würde. Alles, was da ist, find ich geil. Nur es sind halt ein paar Sachen, die noch fehlen, wo auch dazukommen vielleicht noch und wo ich mich halt frage, warum ist es nicht jetzt schon da? Wir wollen ja auch das Spiel nicht verändern. Es ist genauso gut, wie es ist, nur es wäre halt entspannter oder spannender oder vielleicht realistischer oder was auch immer, egal, was sich im Gesicht so mal sieht, wenn ein paar Sachen noch einfach so intuitiver werden, die drin sind. Das ist ja eh super, das Spiel. Ja, alles in die Kapsel packen, ja. Und dann kannst du kommen, ja. Die in Stahl nur noch. Achso, den habt ihr nicht gemacht. Nee, der war nicht fertig. Also wir sind schon losgelaufen, weil wir gedacht haben, du kommst in 10 Minuten wieder und du bist fertig. Nee, Gagspace wie das ist, wenn man krank ist. Da gibt es manchmal auch noch ein paar Internetse. Na gut, letztendlich hast du recht. Aber das ist, ich, also mit dem Spiel, als ich normal bin, wenn ich spielen kaufe, weil eigentlich ist das nicht so meine Welt. Und ich glaube, ich habe es sogar bei dir gesehen und habe mir gedacht, ach komm, scheiß doch, zahl Zeit einfach mal, guck es dir mal an. Und ich finde klar, die generelle Optimierung ist aktuell noch absoluter Rotz. Da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Hast du aber mittlerweile, leider Gottes, bei so ziemlich jedem Spiel, was ein bisschen anspruchsvoll ist, schlimm. Deswegen habe ich ja gesagt, das ist Mode, das ist modern. Besonders die letzten zwei Jahre haben, es ist krass gestiegen. Ich will euch nicht so unterbrechen, aber welche Kapsel? Was? In deiner. Vor der Haustür. Da ist keine. Warte, was? Die Kapsel ist weg. Wie ist die Kapsel weg? Du bist doch da. Das ist doch da, ich sehe es doch. Du stehst direkt davor. Ich sehe keine. Ich starte dein Spiel mal neu. Ich kann den Vlog mal nochmal. Du stehst direkt davor. Ach, ich kann den F drücken. Das ist ja witzig. Ja, ja, ich kenne das. Wir sind schon mal nicht mehr. F ist nichts drücken. Ja, geil. Also ich finde, auch selbst wenn man es rusher wäre oder nicht, wenn die Kapsel nicht da ist, das ist scheiße. Da kannst du mal mehr rein. Das ist richtig. Aber schau, Gags, wenn du dir mal, ich weiß nicht, du bist ja auch ein Zocker und du guckst dir ja auch genug Dinge an. In welchem Spiel hast du das nicht, dass irgendwelche... Ja, ja, natürlich. Wenn du dir selbst WoW anguckst, nach den langen, langen Jahren, haben die immer noch... Wird immer schlimmer. Verbackte, äh, verbackte Mobs, ähm, verbackte Quests, ähm, woran liegt das? Jetzt kann man, du kannst darüber fachsimpeln, wie du willst, aber für mich ist... Aber jetzt, wenn du dann einmal hingehst. Jetzt abgeschlossen, ja. Okay, wunderbar. Dann hau ich schon mal von mir hinten ab. Okay. Na ja, auf jeden Fall ist PUBG, finde ich, über die Jahre teilweise sogar noch schlimmer geworden. Und, ähm, man kann halt auch kaputt entwickeln und, ähm... Machen ganz viele, ja. Richtig. So, und du hast, ähm, und warum? Weil sie teilweise auf eine ganz schreckliche Community zurückgreifen müssen. Die einfach entweder dumm sind, ähm, oder, ähm, ja, wie gestern schon gesagt, ähm, sich selber einen Wunsch setzen. Sie wünschen sich aus drei Spielen, die sie schon kennen, eine gesunde Mischung und versuchen das irgendwie über ihre Bitten, Ratschläge und Communities durchzusetzen. Ja, und dann hast du halt so einen Kack. Und da ist Icarus am Anfang. Dafür, dass es am Anfang steht, ähm, ist es schon, finde ich, überdurchschnittlich gut im Vergleich, wenn du guckst, zum Beispiel Battlefield. So, Battlefield, da hängt so ein riesen Publisher hinter, ähm, und die bringen Spiele raus, da kriegst du das kalte Kotzen. Server laufen, Kacke, das Spiel selber läuft Kacke, ähm, Hitboxen verschoben, Netcode scheiße. Ähm, und wenn du dir das dann anguckst im Vergleich mit Icarus, finde ich das schon wirklich beeindruckend. Und wenn die jetzt relativ zeitnah etwas, und die tun ja mittlerweile was, wenn du dir guckst, ich finde, glaube ich, mittlerweile jeden zweiten, dritten Tag ein Patch. Und du merkst teilweise wirklich die Veränderungen, finde ich das schon ganz gut. Es ist auf jeden Fall ein geiles Game. Was ich sagen muss, aber du sagst, es steht am Anfang, dann haben sie trotzdem einen Fehler gemacht, was auch viele sagen. Sie haben es als Final Game, als fertiges Game. Ja, das ist richtig. Das ist ja richtig, äh, Fofi, aber guck dir bitte an, wenn Battlefield zum Beispiel aus der Beta rutscht, ähm, in der Beta-Phase sind so viele, ähm, Fehler gemeldet worden. Und das kannst du dir eher angucken. Also, ich wollte das eigentlich unbedingt spielen und hab mir dann so ein paar Streamer angeguckt, ähm, die dann eben auch die Fehler richtig reportet haben, die sich Mühe gegeben haben. Das Spiel kommt raus und die Fehler sind immer noch da. Ähm, ist das Gleiche. Das hast du mittlerweile leider Gottes halt wirklich überall. Das ist bei jedem Spiel so. Ähm, wenn du dir dann aber bitteschön Icarus anguckst, ist es ja nun mal so, ähm, ja, die Hardware-Optimierung ist schlecht, das gebe ich zu. Also, selbst ich mit meiner 2070 Dümpelteile, also wenn ich wirklich DirectX 12 spiele, mit Raytracing an, dann wird's schon ziemlich rucklige Geschichte. Ähm, aber im Gegenzug dazu, wenn ich jetzt DirectX 11 spiele, kann ich alles auf hoch zocken. Ähm, ist das schon mal okay. Es könnte besser sein, definitiv. So, jetzt guck dir bitte an, wie wenig Bugs... Bist du auch schon weg, Fuffi, oder was? Entschuldigung, bist du auch schon weg, Fuffi, Planeten? Ich sollte doch den schnellen Weg nehmen, hast du gesagt. Ja, wäre geil gewesen. Also, ja, okay, okay. Aber wenn du jetzt guckst, wie wenig Bugs am Ende es doch dann sind. Bugs sind wirklich weniger im Spiel, ja. Richtig. Das muss man sagen. Du hast diese Hardware-Optimierung. Glitches sind halt ein paar. Ja, gut, aber... Aber deswegen, weil ich gerade weg war in der Küche, wegen Battlefield und sowas, ne, ähm, oder wegen Betas von so großen, von Quad-A-Titeln da, die zeigen uns, die bringen ja diese komischen Betas so seltsam irgendwie raus. So einen Monat vorher oder zwei Monate vorher und die haben ja schon eine Version weiter, die eigentlich schon die Release-Version halt ist. Und die ändern dann nichts mehr. Die können nichts mehr ändern, weil es ja schon wirklich weiter ist. Die zeigen uns nicht, dass, weil sie irgendwie Angst haben, dass man das dann sieht oder dass es doch scheiße ist. Die sagen immer, das ist eine Version, das wird noch verbessert, aber dabei haben sie schon fast die Endversion. Richtig, weil die Endversion... Genau, und dieser Weg, das zu verändern, dauert ja bei denen auch länger als bei den jetzigen, bei den Indie-Dingern oder bei dem Icarus, dauert ja viel länger. Es hat sich ja eingeschlichen, wie bei Titeln, wie bei Battlefield, bis das wirklich final ist, ist eigentlich schon der neue Teil raus. Ja, die haben schon mehrere Versionen weiter und zeigen so eine alte, über COD war es ja auch so, haben uns irgendeine alte Version gezeigt und die hatten ja fast schon die Release-Version. Und egal, was da berichtet wird, es ist wurscht, die machen es nicht, weil sie schon wissen, die haben eine andere Version und die andere Version sind andere Fehler. Und so wie Blackie schreibt, ist es halt so, ich wusste ja gar nicht, dass man es Bananen-Software nennt. Also ist das normal, gibt es auch einen Begriff dafür, okay, okay. Ja, natürlich. Das hatten wir gang und gäbe bei uns in der Firma gehabt. Also du tust dir vorher nicht wirklich Gedanken machen, wie es wirklich sein soll, oder was? Ja doch. Nee, das geht darum, eigentlich... Der Standard läuft, der funktioniert, dann gibst du ihn zum Testen frei, du nimmst das für die Beta, nimmst du Spielauszüge. Das heißt, du limitierst eigentlich die finale Version, also die du draus geben willst. Das ist so, und wenn die Leute, die kriegen dann die Bugs reported, es ist aber schon alles beschlossen. Da kommen vielleicht noch zwei, drei Dinge implementiert, aber wirklich geändert wird an dem Code erstmal nichts.